Wir bedanken uns bei der Firma Gartenbau für die Nominierung. Die Grillparty fährt leider ins Wasser für euch. Wir nominieren Firma Harko aus Badenburg-Hundertmoor, Firma Spedition Bunte aus Badenburg und die Stadtwerkstatt wohl hier ausgeselt. Ihr habt jetzt innerhalb von 48 Stunden Zeit ins Wasser zu springen. Macht ihr das nicht, dann kriegt ihr eine schöne Grillparty. Wie die Sahne auf der Torte fährt Hanneken die Transporte. Los, los, los! Werder der Weg! Hey! Ah, nein! Halt oder was RB? Ich bin hier von der Torte! Ich bin hier von der Warte! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das ist gut. Oh ja, das ist gut. Oh ja, das ist gut. Ah! Oh ja, das ist gut.